Ich war von dem System ursprünglich gefördert, als begeisterter Jungkommunist nach Moskau geschickt, fünf Jahre lang. Ich könnte Karriere machen, aber ich glaube, wir, das heißt ich und das System, wir haben uns enttäuscht. Als ich dann zurückkam nach Moskau und ein Jahr später verhaftet wurde, das war etwas, worüber man in Ungarn sagt, er hat eine große Zukunft hinter sich gebracht. Ich freue mich heute, weil wenn ich mir vorstelle, dass mit der Naivität ich auch eine Karriere machen könnte.